so und jetzt muss es fix gehen und dann irgendwie den dreier nehmen was macht der schafat sich hinter den selbst ja klar für drei doch 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 und jetzt jetzt wäre deutschland weiter schnelles faul von jagler um das heft hier in der hand zu halten naja kalbe an der linie ich habe wirklich gedacht er ist zu kurz von halber an der linie dann 13,2 sekunden noch auf der uhr was macht kalbe von der linie zeigt mehr wenn er den zweiten jetzt vor gibt sind die trümpfe plötzlich wieder in den händen der deutschen er verdiebt ball ist bei jagler wird gefault geht an die linie jetzt beide rein jetzt beide rein bisher hier von fünf von der freiburg meine güte das sind noch 10,9 sekunden jetzt im moment ist deutschland weiter spielt freitag in bürttkosch in der zwischenruppe genau diese acht punkte dürfen es am ende sein jetzt sind sechs sie müssen folgen auf keinen fall ein dreier der letten riskieren auf keinen fall einen dreier riskieren deutsche mannschaft hat den ball deutschland und das ist wunderbar deutschland steht in der zwischenrunde im letzten moment den kopf aus der schlinge gezogen ist egal dass das heute ein schlechtes spiel war es ist wurscht sie gehen mit einem sieg gegen russland und einer niederlage gegen frankreich in die zwischenrunde und dann ist alles wirklich sie haben dieses vom murkste spiel nicht gewonnen aber sie haben die zwischenrunde erreicht knapp genug die niederlage als gruppen dritter hinter russland als zweiter und frankreich als gruppensieger geht man in die zwischenrunde mann mann oh mann oh mann war das ein zittern konsternierte lettische fans aber die deutsche mannschaft die war fast raus hier schafft es dank der taktik am ende mit diesen fouls das ist im basketbal ja so verrückt doch noch den kopf aus der schlinge zu ziehen jan jagler beweist in der schlussphase dass er führungsqualitäten hat green 16 punkte jagler 13 das ist alles egal die mannschaft hat es geschafft das kleine märchen dieser jungs von dirk bauermann geht weiter griechenland kroatien und mazedonien sind die gegner in der zwischenrunde vielleicht reicht schon allein ein sieg gegen mazedonien das ist machbar zum einzug ins viertelfinale jetzt können wir ja ein bisschen träumen sie haben es geschafft unglaublich wir haben gleich stimmen zu diesem spiel und vor allem zu diesem großen erfolg der mannschaft sie bleibt im turnier bei dieser europameisterschaft also wir schnaufen alle ein klein wenig durch die mannschaft darf sich feiern lassen war das ein krimi wunderbar